Nach der wahren Geschichte. Einer der größten Expeditionen des 20. Jahrhunderts. Ich will die versunkene Stadt finden. Ein großes Filmabenteuer. Tiefsinnig und von atemberaubend emotionaler Kraft. Das Menschenstreben sollte mehr sein, als er greifen kann. Schon jetzt ein Klassiker. Bildgewaltig und feinfühlig. Du und ich machten eine Reise, die andere sich nicht einmal vorstellen können. Die versunkene Stadt Z im Kino. Das ist ein Klassiker.